Der Ralu sagte, ich soll mal doch noch die Duna-Geschichte annehmen. Das war die Geschichte. Da sind wir also am besten Weg. Dann gehen wir hoch und die Rettungsaktion ist angesagt. Das war die doch, ne? Ja, da. So, da muss man ja den Kollegen vom Mund abholen. Gut, hier waren wir schon so weit, dass wir das ausgewählt hatten. Da müssen wir korrigieren. Hier haben wir 0,9, genau. Das wissen wir hier irgendwo mal gerade. Ne, quack, das ist falsch. Da. So. Hier da hin. Und hier korrigieren, ne? Äh, ne. Escape drücken, ich will da noch gar nicht hin. Hallo, stop, nicht. Ich muss erst das Manöver hinmachen. Falsche Taste, äh, falschen Klick gemacht, ne? Abmanöver war das Richtige. Hm. 0,9. Äh, glaube falsch, ne? Doch, richtig. 0,2, 0,2. Äh, zu viel. Zu viel. Ne. Passt. Gut. Und, äh, den holen. Ausrichten. Lassen wir es mal aus. Da kommt er schon, der blaue Punkt. Und, da müssen wir dann kurz einmal Gas geben. Na, der könnte ein bisschen weiter rechts sein, ne? Oder? Wahrscheinlich war alles in Ordnung, ne? Jetzt musste ich das auch unbedingt ändern, ne? Ah, passt schon. Okay. Ne, das war die falsche Taste. Äh, noch 16 Sekunden. Wir sind ausgerichtet. Wir müssen wieder einmal Schub geben. Aber, das soll nicht viel sein, ne? So, 7, 5. 3. Machen wir mal jetzt. Und stopp. Reicht schon mal da. 0. Passt. Gut, äh, dann sind wir mit dem Manöver durch. Ach, das können wir noch entfernen. Weg damit. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwo größer brennen. Ja, sinnigerweise eigentlich hier, ne? Manöver. Manöver. Das ist falsch rum, ne? Ja, das ist komplett falsch. Ich hab dann über... Ja. Gut, weg. Nochmal. Manöver. Muss den hier ziehen, ne? Wo ist er jetzt da? So, aber das passt leider nicht. Da wär's schön gewesen, ne? Dann müssen wir das Ganze mal drehen und gucken, wo es passieren würde. Ah, da ist ein Punkt. Das heißt, wir machen eben etwas Kleiner wieder. Wir müssen weiter drehen wahrscheinlich. Ein bisschen größer. Mhm. Größer? Kleiner? Das heißt, wir machen das nicht. Okay. Okay. Nee. Nicht ab ja. Normal. Ah. Ja. Wo ist das? Wo fängt der uns ein? Ah, ich hätte jetzt gedacht, dass es hier irgendwo ist. Okay. Da ist es aber zu viel des Guten. Stopp. Da sind wir in der Nähe der ganzen Geschichte. So, das ist das Ideale, oder? Moon Encounter. Dann werden wir abgelenkt irgendwie, oder sowas. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt würde ich ja gerne mal dahinten lassen. Dann muss ich wahrscheinlich so machen, dann sehe ich das hier. Ja. Ja. Wir haben auch Moon Encounter, aber der ist irgendwie so... Hier, lenkt er mich dann auf sich zu, oder was? Das ist nicht so schön. So wäre schön, ne? So. So wäre ideal, oder? Dann müssen wir da irgendwo korrigieren und das wäre top, da hinzufliegen. So. Das bedeutet, dieses Manöver ist gut. Wir müssen ausrichten. Da auch dieses Pünktchen wieder. So. Und dann müssen wir da brennen. 59 Sekunden. 59 Sekunden. Das Ganze ist... ...hier. Machen wir dann. Und dann müssen wir da... ...gleich... ...Gas geben. 9... ...8... ...7... ...5... ...4... ...3... ...und... ...das geht. Hätten wir ein bisschen eher machen können, ne? Hätten wir ein bisschen eher machen können, ne? Aber ist jetzt so. 600... 500... Ja. Vollgas. Das ist jetzt nicht die ideale Bahn wahrscheinlich gleich, aber... ...dem ist halt so. 100... 115, 140, 130, 120... ...und... ...so, irgendwas hat sich geändert. Wir sind da. Äh... ...ja, ich glaube, das können wir wegmachen. Und... ...wir werden hier... ...von ihm abgelenkt. Und dann... Achso, dann kommen wir auf die Bahn hin. Hm. Ich fliege mal, glaube ich, bis da erstmal hin. Und dann gucken wir weiter, oder? Ja, kommt doch schon. Ja. Gut. So, jetzt einmal sind wir noch dahinter, weil wir... ...zu sehr abgelenkt werden. Ja. Hm. Hm. Das würde ja bedeuten, wir müssten jetzt... ...schneller sein... ...oder langsamer. Wenn wir hier... ...können wir es auch hier... ...ne... ...das ist zu nah, dann... ...wenn wir das Manöver gemacht haben, ne? ... ...da werden wir abgelenkt, kommen aber noch vorher... ...das wäre, glaube ich, besser, oder? Gibt es da noch eine idealere Bahn? Ne. Gibt es da noch eine idealere Bahn? So wäre schon nicht schlecht, ne? So... ...so fände ich nicht schlecht. Dann da noch ein Manöver... ...machen. ... ...nö... ...ne... ...das sieht alles ganz komisch aus. Jetzt... ...bitte... ...ah, so... ...ja, eigentlich... ...ist das Manöver noch doof. ...und dann da abgelenkt, ne? Da ist es doch. Da ist es doch. Das ist doch das, was wir brauchen. Da. Genau. Haben wir eben nicht genug gebrannt, oder sowas, ne? Wann kann ich das denn mal sehen? Richtig so. Kommt von da... ...da rum. Wir haben noch 50 Minuten, bis dieses Manöver ist. 111 müssen wir brennen. Genau. Äh... ...ausrichten dann. Wo ist das blaue Kreuzlein? So. Gut, okay. Das bedeutet... ...den erstmal wegmachen. Und... Na, das ist jetzt doof gelaufen. Papier. Das ist ideal. Vier Minuten vorher sind wir. Wir sind da... ...und ändern unsere... Ist das so richtig, was ich jetzt gemacht hab? Oder fliegen wir dann so... Ey, das jetzt so ändern, ne? Flieg ich da lang. Oder? So will ich das gar nicht. Will das in das Lila noch haben. Hm. Das ist bestimmt was falsch. Ich bin aber auch schon an dem Punkt, dass es dran ist, oder was? Ne. Nein, das ist schon richtig, glaube ich. Das ist unser Weg, den wir zur Zeit fliegen. Genau. Aber wir wollen den fliegen. So, genau. Ist richtig. Äh... Ja. Das bedeutet, wir fliegen mal ein bisschen schneller davor, bis wir da sind, von dem Ergebnis. Oh, oh. Fast schon über... Das dauert. Ich glaube, ausgerichtet sind wir gut. Und... Können wir das jetzt mal anfliegen, oder? So. Machen wir. Ideal, oder? Lass mal so. Lass mal so. Hier noch ein Ding ins. Passt. Längst frisch. Dann müssen wir da nochmal korrigieren, dass wir da die Schleife hinbringen, oder? Gut. Jo. So. Äh... Have the next Manöver? Haben wir kein Manöver, oder? Haben wir ein Manöver noch irgendwo? Ne. Haben wir kein Manöver, oder? Wenn der sagt Manöver, dann müsste ja eigentlich noch eins da sein. Ist aber keins, oder? Ne. Das ist... Focus U. Der ist... So rumfliegen. Ja, das passt. Okay, das ist mit dem... Mit der Bahn dann nicht im Idealfall so, aber... Was hat er mir jetzt daran gemacht? Mun. Das ist der Mun. Concept Target. Wer ist das denn bitteschön dann, wenn das der Mun ist? Focus Target. Hey, das bringt mich jetzt durcheinander hier. Aber was ist jetzt hier los? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Kann das sein? Ne, das ist kein Anzeigefehler. Das ist die Geschichte, wie der uns gleich hier in Empfang nimmt, oder? Ja, der ist dann da, wenn wir da sind. Uh oh. Was ist denn... Okay, wir lassen das erst so stehen würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüüüs. Untertitelung des ZDF, 2020